Positionen zu beziehen und klare Meinungen zu haben, dafür steht die DEPOLG. Und manchmal muss man den Fokus auf spezielle Bereiche richten. Und eine solche Fokussierung, das Ergebnis einer solchen Fokussierung haben wir jetzt in den Händen. Elf klare Positionen zur kriminalpolizeilichen Arbeit der DEPOLG. Diese Zusammenstellung der Kommission KRIPO wird in den nächsten Tagen an alle unsere DEPOLG-Mitglieder, die im K-Bereich tätig sind, verschickt. In unserem Positionspapier haben wir als KRIPO-Kommission die Themen aufgegriffen, die aus unserer Sicht zunächst vordringlich weiterverfolgt werden sollten. Hier haben wir nicht nur unsere eigenen beruflichen Erfahrungen einfließen lassen, sondern auch die Rückmeldungen unserer Kolleginnen und Kollegen. Uns liegt eine gute Zusammenarbeit zwischen S und K am Herzen. Unser Blick geht daher auf die Belange aller am Ermittlungsprozess beteiligten Stellen. Ob Schutzpolizei, Ermittlungsdienste, Kriminalpolizei, aber auch Staatsanwaltschaft und politische Entscheidungsträger. Unterstützt uns bei unserer Arbeit und nehmt bald Bedarf mit uns Kontakt auf. Vielen Dank.